Die am meisten gestellteste Frage in meinen Kommentaren. Wann kommen endlich die kostenlosen Wish-Produkte an? Ich habe ja ungefähr vor zwei, drei Wochen kostenlose Make-up-Produkte auf Wish bestellt. Und was viele von euch nicht zu wissen scheinen, ist, dass der Versand bei Wish teilweise Monate dauert. Aber eine Sache kam sogar schon an. Ich war so richtig hyped. Ich war so, yay, das erste Produkt ist sogar schon da. Und dann packe ich das aus und da war einfach ein Pinsel drin. Ich meine, das ist ja schön und gut, aber ich habe keinen Pinsel bestellt.